Ja hallo zusammen der Chris von den Konsolenprofis wieder mal am Start und heute gibt es wieder mal eine gepflegte Runde UNO mit meinen lieben, lieben Kollegen zusammen, der Sven und der Ball. Sag mal los. Ja UNO Time. Ja UNO Time. So, dann drehen wir das Ding mal um hier. Gelb, ne? Gelb hat man immer auf der Hand. Ja, ja, ja. Ist gut. Ergänze ich mal direkt. Oh, gönn dir. Ah, ist auch nicht viel besser. Oh, wollte ich gerade sagen, er ist von der Bullshipping. Caramba, 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 was ist das denn für eine Scheiße hier? Das ist nicht wirklich saftig, was ich da habe. Guck mal, Alter. Das ist ja richtig Neisenstein, Alter. Das ist wirklich Hammer, ey. Ich trau mich richtig vorm Sockel, diese Karten hier. Also ich bin fest der Überzeugung, dass... Das ist gut. Das ist gut. Hier nichts groß geht. Das ist gut. Das ist noch besser. Oh ja, ja, ja. Die Amazing. Äh, das war richtig hart jetzt. Das war nice auf jeden Fall doch. So, Koding C2, so ist, äh, ja, weil ich bleib mal im Thema, ne? Ja, ist okay. Ja, ist okay, ja, klar. Ja, ja. Ja, ich würde mal sagen, bleiben wir nochmal dabei. Ja, ja, okay. Ist okay. Ja, sehe ich bin nach Hause. Ja, würde ich mal sagen, Jungs. Oh, das ist ja saftig. Ja. Oh, komm schon, ey. Oh, jawohl. Da hat der Pudding genutzt, jawohl. Was, was da jetzt passiert? Ja, der Pudding hat's zwischengelebt. Der Pudding hat hier eine andere Farbe gelebt. Ja. Was? Come on. Ja, Alter, ich wäre mal froh, wenn ich mal was ablegen dürfte, Jungs. Das ist ja hier. Kriegt mir das was? Ja, komm, ich mach's einfach scheiß drauf. Was soll's? Aber Karte 10 läuft. Wieder mal das beschissene Gelb, Mensch. Ich wusste, dass der Pudding jetzt meine zwei raushaut. Das finde ich ganz okay. Deswegen musste ich hier die Gelbschmur schnurren, Alter. Kommst du, Tome, Button zwischen? Nee. Nee, nee. So, was hast du für eine Farbe? Ey, willst du mich kaputt machen? Ich hoffe, willst du mich noch verrufen? Okay, alles klar. Ey, Mann, ey, wie räulig das ist, wirklich. Wer hat kein Blau? Wenn du jetzt Blau hast, Sven, ne? Ey, komm schon, was ist denn das, ey? Ich sehe mich in Gelb. Du siehst dich in Gelb, aha. Ja, kein Gelb. Was? Ha, ha, ha. Hey, hey, hey. So. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Ja, let's go. Oh, und ich habe ohne bebuttet, Boys. Ey, was ein Scheiß, ey. Und der Pudding gewinnt, der Pudding gewinnt. Oh, der Pudding macht... Was, willst du mich verarschen? Also, komm mal hin, der Spieler joint und er gewinnt direkt die Dings. Glückwunsch! Ja, wir haben hier ein geiler Spieler. Ja, Mann, ja, Mann. Also, der war jetzt gerade richtig schockt. Ja, wenn es euch gefallen hat... Ja, guck mal, hau da ab, ich spreche ab. Was? Was? Da hat sich den Sieg abholen und ist hier gegangen. Ja, ich wollte dich gerade abmoderieren, aber egal. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da, über ein Abo, wenn wir uns freuen. Und wie so oft, bis zur nächsten Runde. Ciao, ciao. Ciao, ciao.